Nein, 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 ich bin so gierig, so gierig. Wow, hey! Oh Gott, ich bin so blöd. Will HackerCat jetzt, dass ich den auslöse, sodass ich da reingehen kann? Oder wird da irgendwo von dem Front wieder out of screen ausgelöst? Was geht ab, meine Freunde? Ihr habt's gemerkt, der letzte Part war einfach unterbrochen, weil es war zu viel, es war zu viel. Ich musste daraus einen Zweiteiler machen, weil, Leute, die Rohdatei schon über eine Stunde war und das dann noch schön für euch in Häppchen zu schneiden, das ist einfach so viel Arbeit, weil ihr wisst ja, ich hab noch einen Hauptkanal, also noch einen anderen Kanal mit über 100.000 Abonnenten, wo ich mich auch drum kümmern muss. Es ist viel, Leute, aber genießt jetzt den zweiten Part von dem Troll-Level und seid gespannt, ob ich es schaffe oder nicht. Los geht's. Willkommen, Trollhausen. Ja, Mann! Ach, da rechts wird er geschossen. Okay, das war kein Swamp, das war diesmal ein bisschen... Okay, was passiert jetzt hier? Das war ja kacke. Ey, das war doch nicht sein Ernst. Da kommt ein Notenblock hochgeschossen, der mich da ins... Da, guckt euch das an! Nein! Wo geht die Tür hin? Bitte nicht. Oh mein... Oh Gott! Immer rechts, immer links, meine ich. Nein, nein, nein! Oh Gott, das schaffe ich nicht. Nein! Ist das jetzt 50-50? Oh Gott, nein, das dauert doch ewig! Ey, da kann ich lieber oben rechts die 400 Sekunden abwarten. Ah, er bewegt sich so und ich muss den richtigen Moment abpassen. Ey, das ist... Das ist ein Glücksspiel. Das ist wirklich ein Glücksspiel. Das ist ein Glücksspiel! Leute, Armband, der kleine Pilz geht immer so und dann, wenn ich ihn hochhaue, ist halt Glück, in welche Richtung er geht. Es ist 50-50 Glück. Oh mein Gott, es ist 50-50 Glück. Das dauert ewig. Das dauert doch ewig. Das dauert ja ewig. Oh Gott! 50-50 Glück. Das ist 50-50 Glück. Oh mein Gott, nein! Bitte! Ja! 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 Oh, da hatte ich aber Glück gehabt. Also jetzt ohne Witz, das ist wirklich Glück. Glück, mich umzubringen. Das ist diabolisch, Leute. Also das ist schon diabolisch. Und jetzt bin ich wieder hier, ey. Mann, Alter! Was für ein Troll. Denn jetzt hier langsame, langsame Sprünge. Kleine Sprünge. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie war der Spruch? War das nicht irgendwie so? Okay, was passiert hier? Muss ich hier schnell sein? Nein, ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Ich bin wieder hier! Ich bin... Oh nö! Oh nö! Gib mir doch mal ein bisschen mehr Glück, Mann! Oh mein Gott! Ey, das ist so sch... Das ist... Oh nein! Ey, Igitt, ist das eklig! Oh Gott! Oh Mann! Oh! Oh! Na! Komm! Nein! Ah, kann ich ihn nicht locken, dass er immer weg vor mir will? Wenn ich immer ein bisschen am Rand stehe? Ja, ich glaube ja. Oh mein Gott! Das war ein pixelgenauer Trick. Pixel Perfect! Perfect! Ah, er geht nicht so. Er geht immer... Er versucht sich an die Wand zu drücken. Das ist ja dieses Nacht-Setting, wo er immer abhaut... Abhaut... Ah nein! Wo er immer abhaut vor mir. Ich muss nur wirklich versuchen, nicht an die Sprungfeder zu kommen. Okay, ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es. Es ist nicht 50-50, nicht wie ich gesagt hatte. Also vergisst meinen Blödsinn. Oh nö! Oh nö! Nicht wieder zurück! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Geh doch da jetzt, Mann! Oh, er geht wieder zurück! Er geht wieder weg! Oh! Nee, ich will nie wieder in diese Tür! Oh! Nie wieder, bitte! Ey, nee, 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 nee! Oh Gott! Nein, nein, er geht wieder in der Mitte! Oh nö! Oh nö! Das ist ja... Iiii! Ist das eklig! Nein, ey! Mann, Digga, bitte! Ey, Mann, Digga! Nein, nein, nein! Oh nö! Nö, nö, nö! Ich geh gleich auf hier mit dem scheiß Troll-Level! Oh! Oh nö! Oh ja! Ja, ja! Ich hab's geschafft, Mann! Und ich bin hier durch eine Tür reingekommen oder so, ne? Was war das? Eine Tür! Da, die Tür! Und rechts ist noch ein Rohr! Ich muss hier... Ich komm hier wahrscheinlich nochmal rein in diesen Scheißraum! Oh mein Gott! Das war das Schlimmste! Ich will da nie wieder rein! Das ist ein Albtraum! Wirklich! Das wünsche ich niemandem! Also kein Mario Maker-Spieler auf dieser Welt wünsche ich diesen Troll! Ne! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Oh, ich find das so eklig, diese Wippenscheiße! Ich will mal wieder Progress machen! Das ist nämlich mein... Mein Wille! Mein Wille geschehe! So wie in Mario auch in... Keine Ahnung! Vaterunser konnte ich mal irgendwann! So! Jetzt mit Ajo und Karacho! Ja, ja, ja! 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 Es hat geklappt! Schnell sein! Man muss schnell sein! Ich wusste das schon! So geil, Mann! Den töten oder nicht? Guck mal unten! Was sehen wir da denn? Der wird doch 100% noch hochkommen! Ne, der ist tot! Aber diese Röhre, warte mal, ich trau diesem Ding hier gar nicht! Ich wusste es, Mann! War das jetzt richtig oder nicht? Oh Gott! Woo! Nein! Kann ich den überhaupt auslösen? Oh, die gehen aus! Die gehen aus! Oh nein! Progress, progress, progress! Oh Gott, dieses True Level! Ey, das ist mal wirklich wieder... Das ist genau das, was ihr sehen wollt, ne? Dafür habt ihr doch jetzt abonniert, ihr Heinis! Mich leiden sehen hier mit so einer Giftkacke! Headset geht wieder aus! Die Sabotage von euch! Ich glaub einfach nicht genügend Likes! Und deswegen geht das Headset die ganze Zeit aus! Moment mal! Da fehlen ein paar Likes, glaub ich, hier! Das krieg ich hier nämlich! So, das Headset trollt mich! Lauf, 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 lauf! Lauf doch, du Scheiße! So, schnell sein! Schnell sein, schnell sein, schnell sein! Okay, laufen, laufen! Nein! Was ist das, Mann? Ich stell mich jetzt nicht dumm an, okay? Ich verspreche es euch! Ich verspreche es euch! Ich verspreche es euch! Wirklich ganz, ein ganz ernstes Versprechen von mir! Und ihr wisst, dass die Versprechen immer was wert sind von mir! Das wisst ihr! Jetzt ist die Sache, springen oder nicht? Ja, ein bisschen springen, ein bisschen Mischmasch! Keine Ahnung! Dann den auslösen! Da kommt der Fliegende! Dann hier! Den! Auslösen! Lös den doch aus! Mann, du Mann! Oh, Mann! Hä? Hä? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll! Ich weiß es jetzt nicht mehr! Ich weiß... Jetzt weiß ich es nicht mehr! Also wirklich! Muss ich jetzt mit diesen komischen fliegenden Fliegedingern den auslösen oder nicht? Das weiß selber kein Mensch, glaub ich! Ah! Oh, Mann! Was ist das, Mann? Wie denn, Mann? Muss ich da jetzt springen oder nicht? Springen oder nicht? Hilf mir doch mal bitte! Oh, mein Gott! Nein! 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 Oh, Gott! Es ist wieder so weit! Ich breche zusammen! Ich kann nicht mehr! Oh! Jetzt... Mein Gehirn setzt aus! Leute! Mein Gehirn! Mein Gehirn! Ich hab nicht mehr... Ich kann nicht mehr klar denken! 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 Ausgelöst! 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 Ausgelöst ist ausgelöst! Und ausgelöst bedeutet für mich einen ausgelöst! So! Abwarten! Und ich trinke den besten Tee dieser Welt! Tee dieser Welt! Tee dieser Welt! Tee! Geil! Geil! Okay! Panzer? Panzer ist Manzer! Geil! Oh Gott! Der will mich da reindrücken! Dann gibt's kein Entkommen! Dann gibt's kein Entkommen! Komm her, du Pisser! Nein! 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 Ich bin drin! Genau das wollte ich nicht! Spin! Sprung! 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 Zack! Ich hab's drauf! Ich kann's jetzt langsam! Geil! Ich kann gar nichts! Ich kann gar nichts! Und ich bin gar nichts! Ich kann nichts! Und ich bin nichts! Obwohl doch! Ich kann's! Ich kann's! Ich kann's und ich bin was! Ich kann es und ich bin was! Ihr müsst euch immer vor Augen halten, Leute! Ihr könnt was und ihr seid auch was! Haha! Ich kann was! Ich kann was! Okay! Okay! Moment! Moment! Ich kenn diesen Troll! Ich hab das schon mal irgendwo gesehen! War das auf Twitter oder so? Leute! Guck mal! Wenn ich in diesen Modus geh! Ich kann nicht aufstehen! Ich kann nicht aufstehen! Das ist zeitlich gebunden! Ich muss genau zwischen diesem Checkpoint! Muss ich aufstehen! Ich kenn diesen Troll! Zum Glück hab ich das schon mal gesehen! Das hilft mir jetzt weiter! Okay! Das steht sogar hoch und runter! In dieser Röhre! Also da in dieser... Seht ihr das? Also da ist sogar ein Hinweis gegeben! Er gibt sogar Hinweise! Ein netter Trollmann! Hoch! Hoch! Steh auf! Steh auf! Steh doch auf! Du dummer... Oh! Oh! Nein! Alles von vorne! Alles von vorne! Und ich wusste der Troll! Ich wusste! Ich war mir des Trolls bewusst! Das müsst ihr euch mal vor Augen halten! Ich war mir des Trolls bewusst! Und bin trotzdem drauf reingefallen! Trotzdem zu schlecht, dieses Level zu lösen! Ich bin eine Made! Ich bin ein Niemand! Ein Nichts! Ein Niemand! Ich kann nicht mal Niemand sagen! Ich wollte Niemand sagen! Oh Gott, Leute! Ich kann nicht mehr bitte! Es ist jetzt langsam an der Zeit! Aufzuhören! Die Aufnahme geht jetzt schon wieder knapp 40 Minuten! Für alle, die es mal interessiert, was so eine Rohraufnahme immer dauert! 40 Minuten! Moinsen! 40 Minuten jetzt schon! Und ich bin nicht mal beim zweiten Checkpoint! Knappe Kiste! Ganz knappe Kiste! Knappe Kiste! Knappe! Knappe! Hallo, wie knapp soll das noch sein? Du Knappe, Digga! Knapp! Nein! Alter, die ganze Cam wackelt immer, Leute! Es tut mir leid! Aber ich hau hier so auch gegen den Tisch! Ich kann nicht mehr mitdenken! Ich bin jetzt auch... Ich bin am Arsch! Ich kann nicht mehr! Es ist vorbei! Oh mein Gott! Ich hab's wieder geschafft! Ich hab's wieder geschafft! Ich hab den Checkpoint! Hey, ihr wisst nicht! Ihr wisst nicht, wie viel da jetzt rausgeschnitten wurde für euch! Ich hab gerade mindestens 20 Minuten am Stück versucht, diesen Checkpoint zu holen! Oh Gott! Endspurt, Leute! Jetzt geht's zum Ziel! Nach dem zweiten Checkpoint kommt immer das Ziel! Und deswegen werden wir jetzt ins Ziel gehen! Hä? 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 Warum ist die halb... Egal! Komm! Aber ey, es war geil! Ich hab's geschafft, Leute! Das ist die halbe Miete! Okay, Gift ist immer tödlich! Das wissen wir! Okay, moin! Mein Fehler! So! Egal! Checkpoint, Leute! Checkpoint! Ich brauch diese Scheiße nie wieder machen, diese andere Kacke! Die Plattform ist nicht ganz sicher! Und die hier ist komplett unsicher! Okay, Moment mal! Die Tür! Ich trau dieser Tür nicht! Zu diesem ekligen Troll! Das war letztes Mal... Das war eine Röhre, die zu diesem ekligen Troll führt! Au! 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 Was hat mich da jetzt getötet? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Was hat mich da getötet? Manchmal verstehe ich gar nicht, was mich killt! Das ist das Traurigste! Wenn man nicht mal weiß, was einen tötet! Nappekiste! Hä, was ist das? Ist dahinter auch wieder irgendein Manscher in dieser Plattform oder so? Ey, sowas muss ja sein! Das ist ja... Das ist ja Irrsinn! Das ist Wahnsinn! Okay, rein da! Okay, da war ein Swamp! Oha, wie gefährlich! Da kriege ich ja Angst! Den löse ich ganz bestimmt nicht aus! Den löse ich auch nicht aus! Leute! Ich lasse mich... Oh nein, den hätte ich aufsetzen müssen! Der Pau-Blocken, das ist doch alles so fake wie nichts anderes! Also, wenn da schon Pfeile zu so einem Switch hinzeigen, dann weißt du sofort... Ja, der wollte mich hier... Der wollte mich reinlegen! So, komm Leute! Ich hab's bald! Da fehlt nicht mehr viel! Ich nehm zwar jetzt schon fast eine Stunde auf insgesamt, aber... Leute, da fehlt nicht mehr viel! Da fehlt nicht mehr viel! Fake! 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 Alles fake! Ja, ich bin drin! Cycle ab! Obwohl, ist ja egal! Hä? Lol, das geht! Okay, okay! Ah, ich kenn das! Schnell beim ersten Swing! Okay! Power! Hä? 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 Oh nein! Ich muss den Gift-Zirkel... Zirkel! Der Türkel! Den Gift-Cycle abwarten! Das ist aber... Ey, das sollte kein Problem sein, Leute! Ey! Ich hab's so... Ich bin schon durch die Hölle gegangen mit dem Level! Dann soll ich das doch jetzt auch schaffen! Schnell, steh auf, Mann! Ich kann den doch einfach auslösen jetzt, oder nicht? Ey, das wird eh wieder falsch sein! Das wird ein True sein! Das ist die Röhre! Das ist die Röhre, die mich zu dem... Ich muss abwarten! Okay, jetzt wissen wir aber, was ich machen muss! Okay, ich muss abwarten, dann kann ich wenigstens erstmal den blauen... Wissen wir wenigstens, was denn der Röhre ist! Wir müssen es herausfinden! Früher oder später müssen wir herausfinden, was denn der Röhre ist! Dann lieber schnell! Dann lieber schnell, Leute! Ich bin lieber so ein Mensch, dann hab ich lieber schnell herausgefunden, was denn da ist! So, und... Aufstehen, bitte! Steh auf! Okay, jetzt muss ich den Dings werfen! Schnell rein! Okay, was passiert da? Rechts konntest du schon noch hoch! Okay, es sieht aus, als wär hier was! Moment mal! Zeiss-Apfen! Wenn ich jetzt da runterrutsche, bei den Zeiss-Apfen... Oh, das ist alles so fake! Das schreit alles nach fake, ganz ehrlich! Oh, der Zeiss-Apfen! Ich bin so ein Idiot! Aber ich glaube, so muss ich's machen! Ich komm doch nicht mal an den Power-Heinny ran! Oh! Ich komm nicht mal ran, weil da so eine Blockade dann war! Oh, der kommt da rausgedonnert! Das ist es, was mich killt! Das macht aber Spaß! Also, ich bin ehrlich! Das ist ein geiles True-Level! Das macht eigentlich Laune! Eigentlich! Wenn man mal vorankommt hier! Und nicht immer wie ich jetzt hier an der gleichen Stelle gammelt! Das ist überhaupt nicht mehr geil! Zeiss-Apfen! Zeiss-Apfen! Oh! Das ist doch fake! Da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Und da ist die Röhre! Das ist, glaube ich, die böse Röhre! Das ist die Röhre, die mich in die Hölle wiederführt! In die Hölle, wo ich den Pilz wieder hin und her schießen muss! Nee, da will ich auf keinen Fall rein! Ey, wir haben das Level fast geschafft! Wir haben's fast geschafft! Wir haben's fast geschafft! Wir haben's fast geschafft! Nein, nein! Oh mein Gott, Vorfreude! Darauf gibt's nochmal ein Schlückchen hier! Den letzten Spuckrest von meiner Fanta Limone! Zeiss-Apfen! Der Panzer ist fake! Oben sind überall unsichtbare Blöcke! Dieses Rohr ist auch fake! Moment! Ah, yes! Geiles Gefühl! Geiles Gefühl! Keinesgleichen! 32 Minütchen! Das war ein Schnäppchen! Und glaubt mir, die Aufnahme geht über eine Stunde! Aber ich hab's geschafft! Ein Like! Ein Abo! Falls ihr noch kein Abonnent seid! Und ansonsten, schaltet ein bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt... Theo auf die Folterbank! Der Troll... Hölle! Irgendwie sowas! Haut rein, Leute! Aber...